Bhagavad Gita, Vers 1.39 Mit der Zerstörung der Dynastie wird die ewige Familientradition vernichtet und so wird der Rest der Familie in irreligiöse Praktiken hineingezogen. Erklärung Im System der Varyn-Ashram-Einrichtung gibt es viele Prinzipien religiöser Traditionen, die den Familienmitgliedern helfen sollen, in rechter Weise aufzuwachsen und spirituelle Werte zu erlangen. Die älteren Familienmitglieder sind für solche Reinigungsvorgänge in der Familie, die mit der Geburt beginnen und bis zum Tode wären, verantwortlich. Wenn aber die älteren Mitglieder der Familie sterben, kann es sein, dass solche Reinigungsgebräuche der Familie eingestellt werden und die zurückbleibenden jüngeren Familienangehörigen ihre religiöse Gewohnheiten entwickeln und dadurch ihre Gelegenheit zur spirituellen Befreiung versäumen. Deshalb sollten die älteren Familienangehörigen unter keinen Umständen getötet werden.